Wir sind das Anders-Projekt. Uns gibt es mittlerweile schon seit 5 Jahren und wir haben schon 8 Projekte durchgeführt. Jedes Angebot geht in der Regel 3 bis 4 Monate und es haben bereits mehr als 150 Jugendliche aus über 20 Nationen mitgemacht. Während dieser Zeit treffen wir uns wöchentlich, um an euren Ideen zu arbeiten und uns kreativ auszutoben. So wurden bereits etliche Videos und Kurzfilme produziert, Bilder gemalt, Graffitis gesprüht, Bühnenbilder gestaltet, Cosplay-Kostüme gefertigt, Rap-Texte geschrieben, Songs komponiert, gesungen und dutzende Ideen und Talente vorgestellt. Jedes Projekt endet mit einer Abschlusspräsentation mit Konzert, Ausstellungen und Performances und natürlich einer Aftershow-Party. Nach der Corona-Pandemie fällt vielen von euch bereits die Decke auf den Kopf und viele Kreativangebote fallen ins Wasser. Daher möchten wir euch anbieten, aktiv an unserem nächsten Projekt mitzuwirken. Falls wir keine Live-Präsentation durchführen dürfen, werden wir die Ergebnisse digital präsentieren. Wir werden euch einen Ort zur Verfügung stellen, wo ihr euch frei entfalten und euer Ding durchziehen könnt. Wir wollen von euch wissen, was sind eure Talente, eure schrägen Hobbys oder was habt ihr für eine Welt anschauen? Wie sieht die Welt in euren Augen aus? Habt ihr einen eigenen Style? Wollt ihr euch abgrenzen oder lieber dazugehören? Habt ihr Mut zur eigenen Persönlichkeit? Ganz egal, mit welchen Mitteln ihr arbeiten möchtet, wir kennen keine Grenzen und unterstützen euch bei der Umsetzung eurer Ideen. Schließt euch uns an und werdet ein Teil der Anders-Community. Kontaktiert uns über WhatsApp, E-Mail oder Instagram. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Macht euch einen Applaus! Vielen Dank! Vielen Dank!